So, willkommen zum ersten Let's Play für Superturks, mit dem kleinen Setup, wo ich erstmal provisorisch gucke, sollte sowas funktionieren. Haben wir das auch so mit der Größe. Ich muss die Musik nur einfach aufschalten. Man kann es gar nicht zu Leuchtecke einstellen. Das ist natürlich auch ein bisschen witzig. Gut, gehen wir mal rein in die Config, haben wir irgendwas wie du? Nö. Schalten wir mal auf True. Nein, die gibt es ja echt nicht. Na gut, dann hoffe ich mal, es wird nicht zu laut. Ja. Du kommst aus. Und dann Spiel starten. Ich muss erstmal mein Profil lösen. Wir machen mal das hier. So. Geschichtmodus. Okay. Erster Level geht relativ zack zack. Ist ja nichts. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Musik, sie sind. Oh, oh die Fresse. Der Junge hat ja mein Wege überhaupt Getacktgefühl, ey. Die Stimme, das klingt so krank bei mir einfach. Das war Level 1, also eigentlich nur der Fortspann, plus ein bisschen einrichten und ab der nächsten Folge geht es dann richtig los mit dem zweiten Level, also dem ersten richtigen Level. Hörchen, bis dann.